könnte es dich auch langsam wieder losbinden ok irgendwie sind die treppen etwas zu groß für die kinder habe ich so das gefühl natürlich müssen die da raus das ist der kleine das ist der große muss immer überlegen welcher analog stick für welchen bruder da ist ich glaube da kommen wir nicht drüber wir müssen hier an anders geht es nicht ja gut so so das habe ich mir gedacht dass die da irgend du bist verletzt das ist nicht sehr schön so lauf du auch mal wieder runter so so ne dann werden wir automatisch darauf gewiesen scheiße was habe ich da gerade gemacht ne wir müssen ne nein wir sollten nach da gucken wie zum teufel naja stimmt ja der ist ja klein der kommt ja an allem vorbei äh dummheit muss wehtun nein nicht du du da ja 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 was vier beine Geil, ich bekomme Gänsehaut. 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 Gut, dann laufen wir mal weiter. Geil, ich bekomme Gänsehaut. 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 So, du musst schnell zu ihm. Geil, ich bekomme Gänsehaut. Geil, ich bekomme Gänsehaut. Hoch mit dir. So. Aha. Wow. Na, du kommst drunter, du kommst drunter. Gut. Na, super. Hm. Okay. Hier können wir noch laufen. Aber es ist auch nicht mehr so, das wahre. Gut, gut. Ich bin froh, dass mich noch, dass uns noch keiner dieser Geier angegriffen hat. Ah, super. Super, super, super. Deshalb ist das Spiel ab 12. Na? Oh, Blutopfer. Hm. Ist nicht gerade das Schönste. Gut, das kriegen wir nicht hin. Also laufen wir hier weiter. Ey. Da? Man muss gar nicht die Tasten drücken. So, hier gedrückt halten. Oh. Ja, ich glaube, ich kann mir denken, worüber die da reden. Neuschenschändung ist halt nicht das Beste. Na? Und der Fluss wird immer blutiger. Okay. Sieht überhaupt nicht gut aus. Gar nicht gut. Super. Jetzt sind wir es an denen. Blut klebt. Zum Glück ist es jetzt wieder weg. Wie können wir das jetzt verhindern?